Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft... Nein, ich habe kein neues Projekt angefangen. Steht auch schon in der Videobeschreibung. Ich bin zu Gast bei den GefailedPlay Leuten. Sie haben mich eingeladen zu ihrem Minecraft Let's Play. Und das konnte ich natürlich schlecht ablehnen. Deswegen bin ich dazu gestoßen. Wir wollten ein kleines Intro machen, damit ihr euch nicht wundert und gleich mitten reingeworfen wird. Weil praktisch da wo ich mit reinkomme, ist praktisch mitten in der Folge von denen. Weil die noch 10 Minuten Material hatten, bei denen aber danach irgendwas schief gegangen ist. Und deswegen jetzt nochmal die nächsten 10 Minuten nachholen müssen. Und da bin ich jetzt halt mit eingestiegen. Deswegen komme ich jetzt hier nach meinem kleinen Erklären hier gerade. Kommen dann die rund 10 Minuten Folge. Und dann kontinuierlich jede Woche eine Folge. Genau. Ja, genau. Und es war sehr spaßig. Wir haben viel gelacht. Und viel Blödsinn gemacht. Und viel abgebaut. So wie sich das für Minecraft gehört. Und... Entschuldigung. Ähm... Ja. Ich bin nur ein bisschen raus gewesen. Wundert euch nicht, wenn ganz oft mein Inventar aufploppt. Weil ich immer E drücke zum Öffnen und Aktivieren. Das ist einfach drin von anderen Spielen. Da muss man sich erstmal wieder umgewöhnen. Aber auch das werde ich wieder hinkriegen. Und das wurde dann glaube ich gegen Ende noch besser. Ich weiß es aber nicht so genau. Ähm... Jetzt will ich gar nicht weiter quatschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß an dem Video, was jetzt folgt. Und... Schaut auf jeden Fall mal bei den Gefailed Play Leuten auf den Kanal. Ich werde euch den unten in die Videobeschreibung packen. Den Link dazu. Äh... Und... Schaut euch das Ganze mal an. Die haben da noch ganz interessante Sachen gerade am Laufen. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Und die machen das echt gut. Auch wenn das teilweise ein bisschen verplant ist. Aber der Name kommt ja nicht von irgendwo her. Also von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Und wir sehen uns gleich. Auf 10 Minuten den Timer. Und wenn Highway to Hell anfängt, dann ist die Folge zu Ende. Das hört man jetzt bestimmt deutlich. Ja ne? So. Nein! Scheiße. Was machst du, wenn jemand zwei Eisen zu werfen? Damit herzlich willkommen Leute. Hallo! Hallo! Wir haben heute noch einen Gast. Den Durchi. Hallo! Von Abzocken. Guten Tag! Faley? Siehst du was? Ja, ich kann's aber nicht aufnehmen. Ähm... So. Weitere den Gang. Ähm... Ja, ich hab in der letzten Folge ein Fail gebaut. Es regnet. Sam, es regnet. Ja, das war dein Fail. Es regnet, es regnet! Ich hab keinen Angel. Genau. Ähm, nein. Ich hab einen Fail gebaut, denn mein Aufnahmegerät hat, nachdem ich meinen Ton wieder eingeschaltet habe, damit ich die beiden höre, den Ton nicht aufgenommen, wie ihr ja kurz wahrscheinlich mitgekriegt habt. Wie das klingt, mein Aufnahmegerät, als würdest du mit so einem alten Ding, so einem Ratterteil daneben sitzen und auf mich schicken. Nein, ähm, ja. Und deswegen dürfen wir jetzt nochmal, hab ich diese 10 Minuten da jetzt rangehangen, damit wir auf die 20 Minuten oder sogar ein bisschen mehr kommen. Und ja, in der letzten Folge hab ich komplett Obsidian abgebaut. Und wir sind jetzt bei... Wo ist es denn? Wo ist denn das Obsidian? 61. Wo ist denn das? Ach, da oben! Ich denke nicht. Obsidian. 61 Stück. Typisch. So. Ja. Es ist nichts uninteressantes passiert. Genau. Eigentlich nicht. Interessantes. Nichts uninteressantes. Ne Menge uninteressantes. Die beiden haben weiter Holz. Ja. Erde ab... Nee, Erde habt ihr abgearbeitet. Und... Ja. Yay! Wir haben schön weiter Erd. Tolles achievement, was du da bekommen hast. Hey, ich bin der Skiller. Ich kann mit dem Retard öffnen. Sehr gut. Ach ja, ich hab noch ein Bett im Retard hier. Es wird schon wieder hell? Ja, es ist schon wieder hell. Okay. Ich bin weg. Das heißt, ich gehe angeln. Das heißt, ich gehe angeln. Aber die Monster steht hier immer noch. Ja, Sam geht angeln und angelt sich gleich wieder fünf Sätze. Ey, Faeley! Lass das Feld heilen! Entschuldige. Ich fang schon mal den Grundriss an. So, Durchi kann hier sich mal so ein bisschen umgucken. Die Faeley rennt da hinten in die Ecke, weil da soll unsere Burg hin. Genau. Hinten in die Ecke ist auch die beste Platzangabe, die du mit ihm schreibst. Die Wegbeschreibung, ne? Die Weg noch eben. Wir haben hier ja schon kräftig abgearbeitet. Ich stürze mich hier wieder in Abgrund, wetten. Ja, genau. Ja, das tust du doch gerne. Juhu! Das sieht natürlich gut aus. Hier hinten zu den drei Spinnen. Hier soll die Burg hin. Die Spinnen kommen mit rein, ja? Also als Haustiere. Richtig. Ich versuche die gerade einzuzäunen. Die werden mit integriert. Richtig. Richtig. So. An Minen mangelt es uns ein bisschen, aber sonst... An Minen? So Tellerminen oder so Abbauminen? Ja. So Abbauminen. Achso, okay. Da habe ich bisher zwar eine gefunden, wo ich auch Dias gefunden habe, vier Stück, aber sonst... Ich glaube, die ist soweit schon ziemlich erkunden. Die Pro-Abkürzung hier, die Dias. So ein alter Diafilmprojektor, oder was? Ja. Ja. Diamanten. Ich hätte mir mal irgendwie was zum Abbauen bauen sollen. Na ja. Ja, wenn du das noch hinkriegst, kennst du die Craft-Dinger noch? Na wie gesagt, ich habe vor der Aufnahme eben mal so für 10 Minuten angetestet, weil es bei mir bestimmt schon über ein Jahr her ist, dass ich das Spiel gespielt habe. Ja. Ja, das passiert. Aber das kriegen wir schon alles hin. Ja, irgendwie schon. Ich will hier nicht alles bei euch gleich ausbeuten. Ey, die Kiste ist ja voll betrifft. Ja, nimm dir was du willst. Nur nicht unbedingt den einzigen Dia, den wir noch haben für eine Schaufel oder sowas. Ne, ne, ne. So ein Schmarrn. Das muss nicht unbedingt sein. So was meine. Das hat gerade bei mir enorm geleckt. Oh, diese Steuerung, ey. Oh, man. Oh, Alter, wir haben doch zwei Sättel, Andrea. Ich weiß gar nicht, was du hast. Dieser Ring. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich dachte immer, wir haben keine. Ne, du warst doch schon in irgendeinem Tempel. Ach ja. Stimmt. Bei unserem Fail-Tode. Wir haben auch schon Name-Tags. Genau. Bei unserem Fail-Tode. Wir haben auch schon Name-Tags. Und jetzt drei Fische. So, habe ich überhaupt noch was zu essen? Ja, ich habe was zu essen. Hier ist noch ein bisschen Erde. Also ein bisschen Aufräum hier. Wie wird die größer, als ich geplant habe? Egal. Wie ist das hier so baummäßig? Wollt ihr die alle da behalten oder kann ich davon ein paar kurz machen? Die kannst du alle abholzen. Alle? Die sind zum Abholzen da, ja. Richtig. Und alle. Wir pflanzen zum Nut neu. Habt ihr noch irgendwo Eisen oder sowas, dass ich mir eine Axt oder so machen kann? Oder musst du mir ein kleiner bauen? Die Kiste links von der Tür. Genau. In den Kisten ist überall was vorhanden. Schöne Achievements, die du immer wieder kriegst. Ja, ja. Ich bin fasziniert von deinem Talent. Ich zeig euch mal, wie das geht hier. Die wird echt riesig, Baby. Gott, wird die riesig. Wo willst du ganz hin? Amt. Ja, ich bin ein bisschen rausgeschossen. Bis dahin hin, meine Fretze. Ja, du musst doch den Platz für drei sein, ne? Für zwei. Du meinst für vier jetzt, ne? Ja, für vier. Jeder sein einziges Zimmer, ne? Mit Namensschild mit eigener Kiste, oder wie ist das? Ja, klar. Scheiße, ich muss erst mal die Erde hier überall auffüllen, ey. Oh, scheiße. So viel Erde kannst du mir doch nie nehmen, ey. Dann bau doch eine Stufe rein. In die Burg. Na, wie weit seid ihr? Ja. Wieso machst du hier überhaupt Erde hin? Wenn hier der Fußboden ist, dann solltest du die untere Schicht dann mit Stein machen. Nein. Ich finde, die untere Schicht, die kann man immer noch wieder abbauen. Ja, gut, dann schaufeln wir halt nochmal Erde. Das fällt ja auch nicht auf. Hier ist kein Platz für die untere Schicht. Schade, kam kein Hühnchen raus. Mit der untere Schicht? Aus dem Ei. Sie hat mal wieder mit Eiern geschmissen. Bei einem. Ich hab noch sieben im Inventar. Ich wollt grad sagen Eierschlägerei, aber das ist ja Schaumschlägerei. Wir machen da ne Eierschlägerei draus. Tja. Jetzt hab ich 13 Eier. Alter, kann mal einer die scheiß Regen umstellen? Das geht gar nicht klar. Mäh. Okay. Ja, warte. Wir führen einen Regen drauf. Schöne Regen. Dankeschön. Ich hab geangelt, also. Wie stark war das denn, ey? Regen aus. Geil. Gott. So wird das bei uns hier auch immer aufzuregnen? Ja, so wie gestern Nacht, ne? Die Welt ist untergegangen und... Es hat gedonnert und geblitzt, ey. Ich hab noch nie so Angst zu stellen in der Nacht gehabt. Dino so auch nicht. Komm, ich hab letztens geschlagen. Echt? Bei dem Donner? Ja, sicher. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht wegen dem Donner. Ich dachte, die Welt ist untergegangen. Übrigens, bei uns ist der Blitz auch eingeschlagen, also bei uns in der Nachbarschaft. Oh, super. Oh. Ja, ne? Mhm. So, macht das Spaß? Am Altersheim. Irgendwas kaputt gegangen? Keine Ahnung, war am Altersheim. Oh, ja. Da kann ja nicht mehr so viel kaputt sein. Da kann ja nicht viel sein. Aber ich hab die Erde vibrieren hören. 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 Vibrieren hören. Hab's gehört. Du könntest viel riechen, ne? Also die Hilden sehen. Ja, ich hab's gespürt, meinte ich eigentlich. Aber ist ja egal. Ey, das ist doch schrecklich. Was soll ich jetzt eigentlich machen hier? Mir fällt nichts ein. Ich soll mir hier mal die... Was zu futtern auf, ist ne gute Idee. Ich futter mal was. Mann, Reiki, sei doch nicht immer so unkreativ. Ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte die letzte Zeit andauernd in der Mine. Da hab irgendwie keine Lust mehr zu. Boah, Mine bin ich... Sie hat die ganze Zeit Hüllen-Action gehabt. Ja, ich kann Durche ja mal unsere Mine zeigen, falls er da nachher mal Bock zu hat. Ja, ich muss das erstmal mit ne extra abarbeiten. Ich hab hier, glaub ich, drei oder vier gebaut. Ja, das macht er. Ich dachte, du sagst, ich muss jetzt mal meine Ex abarbeiten. Naja, so ist ja auch Lohn. Ich hasse Erde. Hatte ich schon mal gesagt? Ja, in den anderen drei Folgen davor schon. Ich hasse Erde. Jedes Mal fünfmal. Ich hasse Erde, ich hasse Erde, ich hasse Erde. Jetzt müssten es fünf gewesen sein. Jetzt soll ich das heute ja nicht mal mehr sagen. Das ist ja scheiße. Die schöne Erde. Nö. Doch, in der nächsten Folge darfst du es wieder sagen. Doch. Da hab ich jetzt ein Ei hin. Bestimmt, der ist abverboten. Was hast du, Angel? Äh, äh, Sam? Hier lag ein Ei. Genau hier, wo ich jetzt stehe. Ja, ich hatte vorhin auch hier eins liegen. Auch gut. Hier liegt auch eins. Sammeln, da hast du schon fail. Sammeln, da hast du schon fail. Du hast es nicht geschafft. Ich war nicht da. Da war der Block hier im Weg. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Bestimmt. Scheiße, ich hab dich endeело eingebauen. Ich hab hier сегодня noch geschehen. Ah, Mann! Ah, Mann! Erh. Aber was ist das? Ach, mir geht das für Geräusche. Nicht viel Stein hinter, aber kein bisschen Erde, ich muss erst mal mit der Erde umfüllen. Ah, die server leckt ein bisschen, ich sterbe erst später. Wie? Alles klar. Ich muss beim Sterben. Sie stirbt erst später, keine Ahnung. Auch sehr schön. Ich bin irgendwo runtergesprungen, konnte weiterrennen und dann kam irgendwann der Schaden. Oh. Und in dem Moment bin ich gesprungen und hab den Sprung deswegen nicht geschafft. Oh, das ist schön. Schön. Das ist göttlich. Das ist typisch. Wir hatten ein paar Creeper hier, kann das angehen? So nach den Leckern zu urteilen. Ja, du weißt doch. Faye ist ein Chefkommando und so, ne? Ich weiß nicht. Das war die Folge. Da kommt Musik. Ja. Das waren 10 Minuten, du willst mich verarschen, hier hast du nichts geschafft. Das waren 10 Minuten. Nein. Dann bist du jetzt nämlich Faye dran mit aufnehmen. Toll. Ich. Ach nee, Sam ist dran, stimmt. Ja. Es ist so schwer, bis 3 zu 10. Ja, ist es. Nein, aber dann verabschiede ich mich, ne? Nicht nur du. Ey, mein Apfel. Egal. Ich verabschiede. Schnell die Folge beenden, bevor noch mehr passiert. Wie geht's bei Patrick? Ich verabschiede ich mich dann mal. Tschö. Ich verabschiede mich dann mal. Genau. Dann bis zur nächsten Folge. Genau. Tschüssi. Tschö... Vielen Dank.